Hallo liebe Besucher, mein Name ist Frank Dressel und ich bin Kommunikations- und Verhaltenstrainer. Menschen kommen zu mir, weil ich ihnen unter anderem helfe, sich auf wertschätzende Art kommunikativ besser durchzusetzen. Die Kunst des verbalen Aikido ist die machtvolle Verbindung der Philosophien einer asiatischen Verteidigungskunst mit den Kenntnissen einer modernen Verhandlungskunst. Schau dich doch gerne mal im Kanal um und lerne zu überzeugen, ohne manipulativ zu sein. Vielleicht merkst du jetzt schon, wie interessant das ist. Komm zum Audiokurs-Webinar oder auch zum tollen Masterkurs. Sehen wir uns im Training? Ich würde mich freuen. Also, bis bald, euer Frank.